heute wer kommen aber die youtube video und jetzt heute modelliere ich speidermann ab jetzt leute große ankunft hier sieht es schild jeden tag 16 uhr 30 neues youtube video und jetzt machen wir weiter mit das video hier sieht ja ich habe gesucht mit meine hände eine figur ein ball habe ich gemacht und ich habe es wird eingeformt aber nicht komplett werden nicht so komplett wie einer ich habe das noch hier unten auf dem kinn gemacht und jetzt wollte ich das platt müsste warum müsst ihr das werden die augen es ist ein bisschen anders ich meine mensch wird ja nicht dieses menschen auge nicht diese menschen auge er hat okay weg augen einfach weg augen also ja ich modelliert ich habe die ich habe so eine schlange aber nicht gewollt aus gibt so gezeichnet zu zwei linien ecke gemacht okay leute und dann in eure finger und macht bei die ecke bisschen etwas spitziger und ja leute ich kann alles sehr und ja spitziger dass das diese speidermann aber nicht nur in einer ecke spitzig weil die anderen muster habe ich mir dort die tool verwendet und leute ihm muss braucht dort die tool ihr könnt es auch mit einem messer versuchten aber nicht stark machen das ist besser gefährlich okay ich habe hier versucht mit der deutsche tool bisher der vorwunder zu machen und hier sind ja es war etwas zu lang mein kopf war durchgeknallt ich wusste es oh gott oh gott ich muss das kleiner machen das sieht das nicht die speidermann aus du hab ich gedacht und ja dann habe ich eine neue dann habe ich eine neue technik überlegt leute 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 wie lange wollte ich das video realisieren und hatte keine zeit wie lange weiß nicht okay leute hier habe eh und das die sollte dir lassen weil das gibt ein ganz schleim effekt okay leute und dann habe ich der hals modelliert das erste alles außer die kegel und hier unten muss mir das kriegen und hier ist die der bisschen spät ich habe sie nutraten gemacht und dann verblendet mit meine hände nutrat gemacht und verblendet weil wenn ich das langsam gemacht hätte hätte ihr eingeschlafen und gott oh gott das wollen wir nicht nein 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 wir mögen das nicht und leute da seht ihr ich fand die kind jetzt nicht so gut ich habe das sagt irgendwie so aus meiner meinung also ich habe das kind hier ein bisschen so gestreicht dass das bisschen eine bessere effekt hat dass das mag ich nicht könnte als schleim effekt verwenden ist es so umgeht mag ich aber nicht ich einfach geschmack sache bitte nicht halten ich mag das nicht einfach ich könnte machen was ihr wollt ich das kommentare an bei youtube ist nicht so wie tik tok und da habe ich noch mal die kind mit dem dokti tool gibt nachgezeichnet nachgezeichnet und in afg bekommt ihr das nicht so gut hin aber mit der zeit bekommt ihr das vorhin oder okay jetzt habe ich eine große kugel gemacht und dann habe ich das gerollt weil das wette körper und bei die körper ich hatte die kürste krise ich habe viele fehler fels die ich gemacht habe weggeschnitten dass ihr das nicht machen muss ja dass die das nicht machen muss ich will euch das beste tutorial anbieten was ich kann okay jetzt reden wir nicht über den heißen brei und machen daran jetzt der figur und ich wollte das hier dran macht habe ich nicht geschafft und sorry wenn die kamera effektiver jetzt nicht so gut ausschaut aber joa das ist optimal die kamera gelaufen und jetzt habe ich das dran gemacht und mit bei der finger verblendet das sieht doch aus dk dk was ich mit der figur los das sieht so hässchen dk wir mussten das so machen und dann wie heißt diese werkzeug keine ahnung ich nenne es einfach durch die schule messer okay mit meinem dokti tool messer heißt es verblendet und hier hier in hals muss es auch noch verblenden weil hier seht ihr in heiz wo ist es auch verblendet als das ist realistische aussort bisschen verblenden das mögen wir besser verblenden ich weiß jetzt nicht was ich hier gemacht habe also mit handy geschaut zu den figuren zu schauen ja ok 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 so sieht das aus leute oh mein gott ich leute ich spare gerade auf die deutsch bei damit ich habe extra nicht frisch gemacht wie extra frisch gemacht vor allem das neue spider-man gelb es ist so draußen aber ich warte bis weihnachten damit das günstiger ok ok reden wir jetzt nicht zu viel über spider-man und gucken wir hier hier habe ich versucht ich habe vergessen leute ich bin so und hier weiß noch hier habe ich die arme das ist alle folie und das fand ich eine richtig schlaue idee ok leute und das schlaue idee ist du machst das hier dran ok leute ich habe ich bis zum sekunden kleber ok ihr macht es hier drauf leute solches also ok leute hier trockenen drei sekunden warten 123 juhu sagt geklappt hatte ich wissen etwas kindes angehört aber gehen wir darüber nicht bitte ok leute und hier habe und leute hier habe ich die figur bisschen mehr sekunden kleber gemacht bisschen stärker auch gehalten dass das fest bleibt manchmal bei anfängern wenn die das neu machen die mache das unter und das finger alles leute ich arbeite ich habe ich war aber auch anfänger leute nicht schlimmen leute aus verlehrt man man aus in erlernt man und dann habe ich eine knieter schicht darüber gemacht weil wenn wir ein aluminium wie heißt das alkohol aufmachen da brennt das in haus ist mir schon mal passiert und und joa leute hier habe ich das und ich habe warum sorry wenn ich die kamera so umgehalten habe ich habe hier nur die schicht gemacht leute leute ich muss noch vieles über lernen und wie gesagt wenn ihr fehler bei mir erkennt wenn bei bei reden fehler erkennt oder bei der musik oder bei die qualität außer dieses logo dann schreibt die Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist Halloween, das ist Halloween, Halloween. Das ist Halloween, das ist Halloween, Halloween. Das ist Halloween, das ist Halloween. Das ist Halloween, das ist Halloween. Das ist Halloween. Das ist Halloween. Das ist Halloween.